assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ich hoffe es geht euch super es tut mir leid dass ich nicht bis jetzt ein paar videos machen konnte ich hatte test und deswegen hatte ich eben keine zeit und jetzt können wir anfangen ich hoffe ihr habt schon geübt während ich nichts gemacht habe und lasst uns mal anfangen also wir hatten in dem letzten unterricht wo wir den buchstaben davor verlängern und jetzt machen wir sowas mit eine kleine probe und wiederholen alles wenn wir uns gucken was steht da wir fangen mit rechts an nieder nieder wie ihr wisst versucht mal bevor ich das sage das selber zu sagen drückt auf stop oder macht irgendetwas und testet euch mal kideki der kide sie der sie der pile geeler rieder gieberő parfüm Achtet, dass ihr nur die wichtigsten, also die besonderen Buchstaben verlängert und nicht die anderen. Der Ra ist hier dick, damit ihr Bescheid wisst. Asatir, Asatire, Saahuni, Saahuni, Maauni, 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 Ôteena, Ôteena, Haaruna, Haaruna kurunana kurunana und nicht kurunana ok da gibt es einige bei denen habe ich das öfters gehört alles öfters das gleiche wenn ihr probleme bei einem wort habt versucht es mal öfters zu wiederholen und mit der zeit wird es dann wird dieses problem dann weniger also das mache ich zum beispiel da du ich weiß nicht ob ich das schon gesagt habe ich glaube schon es gibt es einige lehrer lehrer die sagen dass der herr vom von der lunge aus kommt oder von der brust aus was natürlich falsch ist weil von der lunge kommt ja die luft und alle buchstaben brauchen an luft deswegen ist falsch was man da sagt vielleicht das habe ich vergessen bei den um taahadu und tanakahu und tanawalu und turi zu ihr werdet euch vielleicht fragen was dieser elf bedeutet dieser elf ist wegen einer anderen sache da und die lesen wir nicht ok aber das ist einfach nur als schrift da jetzt kommen wir zur letzten haruri 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 nuri 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 kuni kuni kalu 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 kaiyati najati schaut euch mal die wörter schnell noch mal an und achtet genau auf die buchstaben auf die harakat und alles eben ok jetzt gehen wir zur anderen übung und ups da sind jetzt die harakat weg und deswegen versuchen wir jetzt mal zusammen das zu lesen wer es schafft bedeutet er hat das richtig im kopf ok versuchen wir mal jetzt wir sehen das wort und wir sehen auch die buchstaben die farbig sind wir wissen dass die farbigen buchstaben keine harakat haben und dass wir den davor verlängern jeder harakat hat eben seine passende also einen passenden buchstaben jetzt haben wir den ja was müssen wir davor sagen nila nila ok das nächste kida kida den ende wissen wir eigentlich gar nicht da muss man schon ein bisschen mehr erfahrung haben aber trotzdem versuchen wir es mal zusammen und ich hoffe es macht euch auch spaß deswegen schreibt mir in den kommentaren auch ob ich das weitermachen soll oder nicht jetzt 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 kommen wir zum nächsten da sehen wir schon was rotes einen roten elif das bedeutet was aber der nächste ist das gleiche die anderen drei glaube ich auch jetzt kommen wir zu einem zu etwas anderem und das ist eigentlich sehr einfach für jeden buchstaben gibt es eine verlängerung und somit wissen wir auch die 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 zeichen die harakat oder tut mir leid den nun verlängern wir nicht ok kommen wir zur nächsten über die andere über die 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 Rithu, Ruhi, Rumi, Huri, Haruri, Nuri, Quli, Kuni, Qalu. Und jetzt bei den letzten beiden möchte ich mit euch einen Test machen. Also stellt euch vor, wir würden sagen Hiyati oder Huyati und dann her Hayati. Was ist für euch am einfachsten? Schreibt es mir in den Kommentaren, mal sehen, was ich da alles höre. Also für mich, auch wenn ich die Harakat nicht wüsste, so würde ich Hayati wählen, weil das für mich das einfachste ist. Und genauso auch das letzte, Nujati, Nijati, Najati. Nijati ist für mich das einfachste. Und somit manchmal, als ich sowas nicht lesen konnte, habe ich ihn einfach so improvisiert. Das, was an meiner Zunge am einfachsten ist, habe ich dann eben gelesen. Und öfters war das das Richtige. Und ich war richtig überrascht. Deswegen versucht es mal auch. Kein Problem, ihr könnt Fehler machen. Fehler ist sogar gut, von dem lernt man. Und es ist besser, als später Fehler zu machen. Mimayn, zwei Mim, la yata'allaman. Lernen nicht. Der erste Mim ist Mustakbir, der Stolze, der Hochnäsige. Der wird nie lernen. Der zweite Mim ist Mustahi. Mustahi ist der Schemende. Der wird auch nicht lernen. So, seid ihr weder von den Stolzen, noch von den Schemenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, wo sie oben machen. So, seid ihr über den Schemenden. Los avanzam. So, seid ihr über den Schemenden. Und dann, wo sie oben machen. Alles in den Schemenden. Und dann, wo sie oben machen. Deine Jema. Untertitelung des ZDF, 2020